Musik Sein Arbeitsort, der Vatikan. Sein Amt, Präsident der Finanzaufsichtsbehörde des Vatikans. Seine Aufgabe, Kampf gegen Geldwäsche und gegen die Finanzierung des Terrorismus. Das ist der Steckbrief von Rene Brühlhardt. Rene Brühlhardt ist ein Schweizer Jurist, in seiner Aufgabe direkt Papst Franziskus unterstellt. Herr Brühlhardt, Finanzen, Geld und Vatikan, das klingt nach einer brisanten Mischung, nach einem Himmelfahrtskommando. Also der Himmel ist da. Ob es eine Fahrt dorthin ist, wird sich herausstellen. Aber auf jeden Fall eine spezielle und auch eine sehr, sehr spannende Mischung. Sie sind Präsident dieser Autorität, die Informazione Finanziaria, AIF, also einer Aufsichtsbehörde. Was machen Sie eigentlich genau? Ich glaube, da muss man auch ein bisschen zurückschauen, woher wir kommen. Also heutzutage sind wir sozusagen die zuständige Behörde in der Bekämpfung von möglichen illegalen Finanzaktivitäten. Das war nicht immer so, sondern was wir heute sind, einerseits Aufsichtsbehörde, andererseits auch Geldwäschemeldestelle, das hat sich eigentlich in den letzten zwei Jahren entwickelt. Also wenn wir ein bisschen in die Geschichte dieser Behörde hineingehen, dann haben sie die Anfänge, das geht zurück auf Ende 2010, als der damalige Papst Benedikt ein entsprechendes, sozusagen einen päpstlichen Erlass, ein sogenanntes Motto Propio erlassen hat, um die Behörde aufzusetzen und auch um das erste Geldwäschegesetz des Vatikans zu statuieren. Damals aber war es eigentlich ausschliesslich oder war es angedacht, ausschliesslich eine Geldwäschemeldestelle als solches zu haben, mit, ich würde jetzt mal sagen, mit sehr, sehr beschränkten aufsichtsrechtlichen Tätigkeiten und Kompetenzen. Das heisst, Ihre Behörde wurde schon unter dem Vorgänger von Papst Franziskus gegründet. Das erstaunt ja, man denkt eben Papst Franziskus, der Reformer, der Aufräumer im Vatikan. Sie sind dann 2012 dahin gekommen, seit 2014 jetzt als Präsident dieser Aufsichtsbehörde. Ihnen untersteht auch die sogenannte Vatikan-Bank, darüber wollen wir auch sprechen. Dazu sehen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Tagesschau vom 11. Juli 2013. Schweizer, die für das Wohl und die Sicherheit im Vatikan sorgen. Die Gardisten machen das seit über 500 Jahren, René Brühlhardt erst seit wenigen Monaten. Der gebürtige Freiburger soll im Kirchenstaat all jene aufspüren, die mit Schwarzgeld und Geldwäsche ihr Unwesen treiben. Ganz generell sind wir die zuständige Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche oder generell der Missbrauchsbekämpfung in Finanzplätzen oder in Finanzsachen. Doppelfunktion in dem Sinne, dass wir einerseits die Geldwäschemeldestelle sind, aber auch die Aufsichtsbehörde als solches. Zu melden gibt es momentan viel. Denn mit seinen Finanzaktivitäten ist der Vatikan schwer ins Zwielicht geraten. Der letzte Skandal handelt von diesem Monsignore, einem ehemaligen Rechnungsprüfer am Heiligen Stuhl. 500.000 Euro hat er sich in der Vatikan-Bank auszahlen lassen, um laut Staatsanwaltschaft Rom einen noch größeren Geldtransfer in der Schweiz zu organisieren. 20 Millionen Euro in bar per Privatflugzeug von Lugano nach Neapel. Der Monsignore sitzt in Untersuchungshaft. Der Generaldirektor der Vatikanbank und sein Stellvertreter sind zurückgetreten. René Brühlhardt muss jetzt mit dem neuen Bankpräsidenten dafür sorgen, dass solche Geldschiebereien künftig nicht mehr möglich sind. Ich repräsentiere die Behörde, er repräsentiert das Finanzinstitut. Wir haben ein gemeinsames Ziel, einen absolut sauberen Vatikan zu haben. Einen absolut sauberen Vatikan, René Brühlhardt, das war vor knapp zwei Jahren. Ist das Ziel erreicht? Es ist ein Prozess und ich würde hier nie irgendwo in absoluten Worten sprechen, sondern ich glaube, es ist wirklich ein Prozess und insbesondere auch verbunden mit einem System, das wir erarbeitet haben. Und wenn wir zurückdenken, was sozusagen in den letzten drei, vier Jahren geschaffen worden ist, angefangen mit einer komplett neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, mit einer neuen Gesetzgebung einerseits, andererseits dann auch die Institutionen als solches, die neu geschaffen worden sind oder die entsprechend ausgebaut worden sind, wie auch die Behörde, wo ich zuständig bin, die wir zu einer vollumfänglichen, integrierten Aufsichtsbehörde umgewandelt haben, auch mit den entsprechenden notwendigen Konsequenzen. Aber dann auch das ganze System mit Leben zu füllen. Nicht nur sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern wirklich auch das entsprechend zu leben, die internationale Zusammenarbeit aufzusetzen und dann auch die Möglichkeiten zu haben, die Instrumente in die Hand zu nehmen, wo und leider dort, wo sozusagen Finanzaktivitäten stattfinden, gibt es zum Teil auch gewisse Missbrauchsfälle, die dann auch entsprechend zu handhaben und zu bekämpfen. Missbrauchsfälle, einer wird eben genannt, bevor wir zu dieser Vatikan-Bank kommen, dieser Nunzio Scarano. Das war zwar kurz nach Ihrem Beginn, aber trotzdem sozusagen unter Ihren Augen. Eine grosse Summe Bargeld, eine geplante Transaktion von 20 Millionen Euro. Immerhin aus der Schweiz nach Italien. Waren Sie schockiert? Ich glaube nicht, dass man schockiert ist, sondern man schaut sich die Fakten an und nimmt sich dann sozusagen den entsprechenden Sachen an. Und der Fall, ohne jetzt hier sozusagen in Details zu gehen, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, kann man sagen, das war eigentlich einer der ersten Schritte, wo man auch gesehen hat, dass das System funktioniert. Also sprich, dass die entsprechenden Verdachtsmitteilungen erstattet worden sind, dass man als Behörde das entsprechend analysiert hat und dann auch die notwendigen Konsequenzen gezogen hat, wie zum Beispiel eigentlich das erste oder allererste Rechtshilfversuchen, das dann vom Vatikan an die italienischen Behörden gestellt worden ist. Also das ist etwas Neues, oder? Dass interne Leute aus dem Vatikan sozusagen dann auch überstellt werden, der italienischen Justiz. Einerseits aber auch die internationale Zusammenarbeit. Das war ja eigentlich etwas, wenn man die Jahre zurückschaut, wo einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen gefehlt haben, dass man überhaupt sozusagen die Möglichkeit gehabt hätte, dort auch aktiv oder proaktiv zusammenzuarbeiten, aber das dann auch entsprechend zu tun. Und dieser Fall hat eigentlich sehr wohl verdeutlicht, dass nicht nur darüber gesprochen wird, sondern dass auch gehandelt wird und dass man dort dann auch aktiv eine mögliche Missbrauchsbekämpfung vornimmt. Dieser Nunsus Carano, das ist ja ein Vatikan-interner, hochrangiger Mitarbeiter. Wo ist er heute? Sitzt er ein? Italienischer Staatsbürger hat, wo er sich heute befindet, heute am Sonntag bin ich überfragt, aber es gab entsprechende Verfahren in Italien, wo auch eine entsprechende Verurteilung stattgefunden hat. In aller Ferne ist es hier nicht im Zusammenhang mit Geldwäsche, sondern, wenn ich nicht ganz falsch liege, im Zusammenhang mit einer möglichen Verleumdung, wie es von Seiten des Vatikans in dieser Angelegenheit weitergehen wird, wird man noch schauen müssen, aber gewisse Sachen sind dort noch entsprechend am Laufen. Sie sind die Aufsichtsbehörde, dann die Jurisdiktion ist ja wieder eine andere Geschichte. Diese Vatikan-Bank, wir haben ein Bild gesehen in diesem kurzen Filmbeitrag, unscheinbar Festungsturm, kleine Schalterhalle, Sie betonen immer, das ist nicht eigentlich eine Bank. Was ist dieses Instituto per le opere di religione, dieses IOR, was ist das? Schöne Räumlichkeiten, oder? Der Turm hatte mal eine andere Funktion, aber darauf müssen wir nicht näher eingehen. Ich glaube, es gibt viele Mythen über dieses sogenannte IOR, oder was im allgemeinen Sprachgebrauch als Vatikan-Bank betitelt wird. Ob es eine Bank ist, sei dahingestellt, darauf können wir noch kurz eingehen. Es gibt auch viele Geschichten, es gibt auch eine grosse Vergangenheit. Wenn wir zurückdenken, ein bisschen älter als 70 Jahre, also von daher keine, sagen wir mal, alte Institutionen, wie zum Beispiel Schweizer Privatbanken, oder was auch immer, aber auch sehr, sehr viel eigentlich ein Mystikum, verbunden auch mit, ich würde sagen, mit Missverständnissen, die hier auch vorherrschen. Klösen Sie uns auf. Wenn wir konkret, und ich spreche über heute, ich spreche nicht über die Vergangenheit, aber wenn wir das heutige IOR anschauen, beziehungsweise wie es sich in den letzten zwei, drei Jahren auch entsprechend entwickelt hat, ist es wahrscheinlich nicht ganz korrekt, dass man von einer Bank spricht. Also einerseits, fangen wir an, von der Aufsetzung als solches, das IOR als solches ist ein einziges Institut, hat einen einzigen Sitz im Vatikan als solches. Es gibt keine Zweigstellen, sei das in Italien, in der Schweiz oder sonst irgendwo. Punkt eins. Punkt zwei, Sinn und Zweck dieses Institutes. Es ist kein kommerzielles Finanzinstitut, es war auch nie angedacht, dass es ein solches werden würde, sondern wie es der Name schon sagt, es ist eigentlich ein Institut für religiöse Werke. Eben dieses Instituto IOR per le opere di religione. Genau. Und die Frage ist dann, wie wird es verwendet, beziehungsweise wie es zum Teil auch verwendet wurde. Und wenn wir sozusagen die heutige Struktur anschauen, von Personen oder von Instituten oder von Organisationen, die die Möglichkeit überhaupt haben, dort eine Geschäftsbeziehung einzugehen oder dann auch zu leben, muss man sehr wohl differenzieren. Also Sie können nicht einfach irgendwo in Porta Santana oder beim anderen Eingang des Vatikans einmarschieren und sagen, ich würde jetzt gerne hier eine Geschäftsbeziehung eröffnen. Also ich könnte da nicht einfach ein Konto eröffnen. Sie müssen sich sehr viel Mühe geben, aber höchstwahrscheinlich nein. Nein, unter den heutigen Umständen wäre das nicht mehr möglich. Wer kann denn hier Geld lagern oder Kirchenleute? Ja, also einerseits sozusagen geistliche, dann auch kirchliche Institutionen. Sie haben Orden, sie haben Nonnen, sie haben Mönche und sie haben auch Mitarbeiter des Vatikans als solches, die die Möglichkeit haben, eine entsprechende Geschäftsbeziehung einzugehen. Viel Bargeld ist im Umlauf. Erklärt sich das dadurch, dass viele Weltregionen von der katholischen Kirche sozusagen mit Geld bedient werden für, ich weiss nicht, Hilfsprojekte oder so, wo eben gar keine Transaktionen möglich sind? Also man muss vorschieben, dass sozusagen der ganze Bargeldverkehr in den letzten Jahren massiv abgenommen hat. Und das aus verschiedenen Gründen, einerseits weil auch, sagen wir mal, die Finanzsysteme oder die Finanzzentren in der Welt ein bisschen anders zu funktionieren begonnen haben und das auch mit Bargeld ein bisschen problematischer geworden ist. Andererseits aber auch im Zusammenhang mit den entsprechenden Kontrollen, die aufgesetzt worden sind. Aber zurückgehend auf Ihre Frage, selbstverständlich, oder sie haben einerseits, haben sie die geografischen Lagen, also sprich, wo Leute aus, oder Geistliche zum Beispiel aus Afrika oder aus Asien in den Vatikan kommen, sozusagen dann auch das Geld nach Hause bringen wollen oder in die Nähe des Papstes, wo sie keine funktionierenden Finanzsysteme haben. Also auch, wenn sie gerne zum Beispiel eine Banküberweisung vornehmen möchten, geht das nicht. Da haben sie gar keine Möglichkeit, weil sie keinen entsprechenden Zugriff haben. Oder sie haben auch entsprechende Spendengelder. Oder sie haben auch Kollekten in der Kirche etc. Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen, und das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht wahnsinnig ändern, was das Bargeld betrifft, was unser Ansatz und insbesondere auch unser Anliegen diesbezüglich war, zu verstehen und nachvollziehen zu können, woher dieses Bargeld kommt. Und der Papst hat mal so ein bisschen flapsig gesagt, ja, Petrus hat ja auch keine Bank, der Apostel, was brauchen wir diese Vatikan, sogenannte Vatikanbank, könnte man die einfach schliessen? Schauen wir vielleicht ganz kurz auf die Dienstleistungen, die das IOR als solches anbietet. Und das ist eigentlich vornehmlich der Zahlungsverkehr, zum Teil auch, sagen wir mal, die Vermögensverwaltung und dann wirklich auch das Halten von Sparguthaben. That's it. Das ist es eigentlich mehr oder weniger. Sie haben keine Hypotheken. Sie haben keine... Wir reden von, was habe ich, 6, 7 Milliarden Euro? Um die 6, 7 Milliarden Euro, die effektiv verwaltet werden. Im Vergleich ist das eine kleine Regionalbank, oder? Eine relativ kleine, ja. Also wir sprechen nicht über übermässige, über eine übermässige Anhäufung von Geldern oder über ein Volumen, dass jetzt irgendwo sozusagen das globale Finanzsystem kollabieren lassen kann. Also irgendwo muss der Vatikan auch mit seinem Geld umgehen, oder ohne würde es nicht gehen? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der Vatikaner Soeus, das ist eine globale Institution. Und sie haben dort insbesondere auch Tätigkeiten in Gebieten, wo Krieg herrscht, die dann auch Sanktionen ausgesetzt sind. Nehmen wir Syrien, nehmen wir andere Länder, wo eigentlich das, sagen wir mal, das normal funktionierende, weltliche Finanzsystem nicht unbedingt funktioniert, weil sie dort eigentlich gar keine Möglichkeit haben, als Finanzinstitut als solches entsprechend dann auch, sagen wir mal, notwendige Gelder bereitstellen zu können, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, unterstützen, mitzuwirken. Also zum Beispiel ein Bischof, der nach Syrien zurückreisen will, oder eben sie am Afrika genannt, das geht dann gar nicht anders. Das ist relativ problematisch. Und nochmals, der Vatikan ist eine souveräne Justizition und hat dort auch ein gewisses Bedürfnis, entsprechend die Möglichkeit zu haben, Finanztransaktionen durchzuführen, durchzulassen, auch wenn wir uns vor Augen halten müssen, dass sie im Vatikan keinen Finanzplatz haben. Also sie haben keine irgendwo, keine Börse oder Versicherungsunternehmen oder Treuhände oder was auch immer. Sie haben ganz spezifische Finanzaktivitäten, die stattfinden, die vorgenommen werden, aber sie haben keinen kommerziellen Finanzplatz als solches. Und das hat auch in der letzten, oder in der Vergangenheit, hat das zu gewissen Missverständnissen geführt. Jetzt, Sie haben vor wenigen Tagen die Bilanz des letzten Jahres an einer Pressekonferenz vorgestellt. Da wurde zum Beispiel gesagt, 544 Transaktionen im letzten Jahr gemeldet. Davon werden 17 als Verfahren geführt. Wie merken Sie jetzt, Aha, da könnte was faul sein, das melden wir als Aufsichtsbehörde. Und nein, das ist eben der afrikanische Bischof, der gerade für sein Hilfswerk da Geld mit nach Afrika nimmt. Das ist bitte keine Unterstellung gegenüber afrikanischen Bischöfen. Nein, aber wie merken Sie jetzt den Unterschied? Nein. Oder was geschieht ist, das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, im Bereich des Meldeverfahrens als solches, ist, dass wir internationale Standards implementiert haben. Das bedeutet, jede Finanzinstitution, und im Vatikan hat man vornehmlich einerseits das IOR und dann sozusagen auch die Vermögensverwaltung des apostolischen Stuhles, ist verpflichtet, seine Kundenbeziehungen, aber dann auch die Finanztransaktionen als solches unter die Lupe zu nehmen, zu überwachen und dort womögliche Hinweise zur Geldwäsche, ich spreche jetzt sehr wenig über Terrorismusfinanzierung, weil das für uns wahrscheinlich ein bisschen weniger relevant ist, aber insbesondere zur Geldwäsche oder zu möglichen Vortaten der Geldwäsche, ist verpflichtet, uns das zu melden. Und das ist dann uns, also wenn wir zurückgehen zum Beispiel mit dem Afrikaner oder wenn Sie irgendwo eine amerikanische Person haben oder eine Organisation, oder nehmen wir das Beispiel mit Afrika, der will dort irgendwo eine Kirche bauen. Oder eine Krankenstation. Und versucht dann sozusagen eine entsprechende Transaktion durchzuführen oder geht zum IOR und sagt, ich brauche eine Million Cash von meinem Konto, weil das ist dort sozusagen platziert worden, dann mag das möglicherweise Sinn machen, aber höchstwahrscheinlich auch nicht, weil wahrscheinlich der Betrag als solches zu gross ist oder weil die entsprechenden Unterlagen fehlen oder was auch immer. Und dann ist zum Beispiel das IOR verpflichtet, an uns eine entsprechende Vertragsmitteilung zu erstatten. Und das ist dann an der Behörde zu verifizieren, ob sozusagen diese Verdachtsmomente, die uns mitgeteilt worden sind, ob wir sozusagen Fleisch an den Knochen heranbringen und sagen können, okay, da stimmt wirklich etwas nicht. Und das ist dann die Fleissarbeit. Genau, und dort ist dann auch eben zum Beispiel die internationale Zusammenarbeit sehr, sehr zentral, wo man dann schaut, okay, gibt es dieses Projekt überhaupt in Afrika? Also gibt es überhaupt dieses Land, wo darauf gebaut worden ist? Oder gibt es überhaupt sozusagen dieses Bauunternehmen, das zum Beispiel den Bau der Kirche durchführen soll? Was kostet normalerweise zum Beispiel den Bau einer Kirche? Haben wir hier total überhörte Preise? Etc. Und wo Sie dann wirklich sozusagen in eine Spiegelung der Aktivitäten mit der Realität als solches gehen. Das klingt sehr aufwendig. Sie haben sich Lorbeeren geholt vor Ihrer Tätigkeit im Vatikan im Fürstentum Liechtenstein, haben dort acht Jahre in der Anti-Geldwäsche gearbeitet, erfolgreich. Wie kommt ein Mann wie Sie, der doch ausschaut, als würde doch eher von der Bahnhofstrasse in Zürich kommen, nun in den Vatikan zu so einer Aufgabe? Bin ich die falsche Person, um diese Frage zu beantworten? Ich wurde gefragt und habe dann auch mit Interesse Ja gesagt. Und das Interesse, Sie haben ja in Fribourg Juris, also die Jurisdiktion studiert, Jura. Sie haben aber auch Kirchenrecht noch als ein letzter Jahrgang verpflichtend studiert. Das hilft Ihnen jetzt wahrscheinlich, oder? Als Katholik hat das eine Rolle gespielt, oder? Das Studium, insbesondere das in des Kirchenrechts, ist schon eine Weile her, also von daher. Aber nein, Spass beiseite. Die natürlich irgendwo ein gewisses Interesse, eine gewisse Auseinandersetzung auch mit diesen Umständen und zurückgehend auf Ihre Frage. Damals wäre nicht nur sozusagen Liechtenstein ein Teil meiner Aktivität, sondern wir haben ja damals auch versucht, insbesondere die internationale Positionierung relativ stark voranzutreiben. In der EGMUND-Gruppe, also international vernetzte Antigeldwäsche. Genau. Und von daher hat man dann auch ein gewisses Umfeld schaffen können oder schaffen dürfen, ich würde es so sagen, um auch entsprechende Arbeiten zu vornehmen. Und von daher kam dann eben diese Anfrage auch verbunden, sagen wir mal, mit einem anderen Hintergrund, wo wir uns dann doch... Also ein Verständnis für die Institution braucht es, oder? Sie setzen ja nicht auf Verfolgen, sondern auf Vertrauen, dass Sie den Leuten erklären, warum das so wichtig ist. Nehme ich mal an. Das ist korrekt, ja. Also ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also wenn wir so ein bisschen zurückschauen, wie das Ganze damals wirklich angefangen hat und auch von den Arbeiten, die vorgenommen worden sind, das ist ja nicht ich alleine, oder das ist ja nicht... Das geht ja auch hier nicht um mich, sondern es geht wirklich um die Arbeit als solches, um die Leute, die dort auch mithelfen, die auch wirklich auch committed sind, das Ganze zu leben und auch die entsprechenden Massnahmen einleiten zu können. Und die ersten mehr oder weniger vier, sechs Monate haben ja auch nichts gehört von mir oder von uns damals, sondern das war wirklich, wo wir, oder wo ich hingegangen bin und ich habe versucht zu verstehen, zu verstehen, worum es geht, wer da wirklich was einerseits macht, wo die Schwachstellen sind, wo vielleicht auch die Stärken sind, insbesondere auch, wo die Players statt wirklich sind, wo Einflussnahme auch generiert wird. Die Medien, ausländische Behörden, Aufsichtsbehörden etc. Und wirklich versucht, das alles irgendwo in einen Topf hineinzuwerfen, um für mich selber ein Verständnis zu generieren, was braucht es, um ein massgeschneidetes System entsprechend aufzusetzen und dann auch umzusetzen. Ihr habt da auch gehandelt, ich habe gesehen, 4'800 ungefähr kommt, ihr habt ihr geschlossen, wenn ich es richtig sehe, von 19'000, das ist aber doch fast ein Viertel, da habt ihr aber kräftig aufgeräumt. Wir haben gearbeitet in den letzten Jahren, das auf jeden Fall, und zwar auf verschiedenen Ebenen, aber nochmals, hier wirklich gestützt auf ein massgeschneidertes System. Was will man noch haben? Wo braucht es sozusagen neue Massnahmen, beziehungsweise wo besteht auch ein Bedürfnis, dass man klare Zeichen setzt? Und ich denke, das Zeichen hier ist, dass man so proaktiv wie möglich eigentlich die ganze Sache an die Hand nehmen will. Also sprich, dass man hier ganz konkret ein Frühwarnsystem aufsetzt. In Ihrer Behörde wurde ja auch eingebrochen, Sie haben dann Abhörwanzen gefunden. Ich meine, gibt es sonst Widerstand, den Sie spüren? Sie können davon ausgehen, dass nicht überall, insbesondere wenn es einen gewissen Wandel gibt, wenn gewisse Massnahmen eingeleitet werden, dass nicht immer alle superglücklich sind. Im Grossen und Ganzen, glaube ich, ist das Ganze sehr, sehr vernünftig über die Bühne gegangen. Und was für mich eigentlich immer das entscheidende Element gewesen ist, und auch heute noch, ist, dass der politische Support hier wirklich da ist. Und ich glaube, das kann man sagen, das ist nach wie vor der Fall. Und auch eines nicht vergessen, die ganzen... Was heisst politischer Support? Sie sind ja direkt Papst Franziskus unterstellt, oder? Ja, das ist absolut korrekt. Das ist eine Sache, das andere ist dann aber auch... Oder das, was man eigentlich schafft und erarbeitet, das tut man ja nicht für sich selber, sondern das ist ultimativ für die Institution als solches, insbesondere auch zum Schutz des Vatikans, des Heiligenstuhls als solches. Und hier will man auch nicht irgendwo... Wie gesagt, man tut es für die Institution als solches. Und wenn das dann auch entsprechend aufgenommen wird und das dann auch entsprechend umgesetzt wird, dann merkt man auch, dass man das... Und es ist dann auch Motivation, dass man eigentlich sozusagen auf dem richtigen Weg ist. Das haben Sie in Interviews ja immer wieder betont. Also, das war Ihre erste Frage auch bei der Anfrage oder Ihre Bedingung. Der Support, wie Sie es jetzt nennen, der muss einfach gegeben sein. Der Papst, Papst Franziskus, greift der selber ein? Wir kennen ihn als tatkräftigen Mann, der einscheidet, der Marken setzt. Spüren Sie ihn? Schauen Sie es nicht an mir, über Papst Franziskus zu sprechen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass der Support und die Unterstützung auf jeden Fall dort ist oder da ist. Wie das dann, sagen wir mal, der ganze Alltag und auch die konkrete Umsetzung und die ganzen Sachen laufen. Es ist ein Prozess, es ist ein Austausch mit verschiedenen Personen und es geht auch darum, Brücken zu bauen. Es geht auch darum, zu erklären, warum machen wir das überhaupt? Sie dürfen eines nicht vergessen, der Vatikan hat solches eigentlich auf zwei Ebenen. Das eine, wir, die Währungsunion mit der Europäischen Union, damit der EU sozusagen als offizielle Währung im Vatikan verwendet werden kann, hat zur Folge, dass sich der Vatikan verpflichtet hat, die ganzen europäischen Geldwäsche-Bekämpfungsstandards umzusetzen. Das ist jetzt die dritte EU-Geldwäscherichtlinie, neu jetzt die vierte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist dann auch, dass man sich vor ein paar Jahren sozusagen verpflichtet hat, auch durch ein internationales Gremium, angesiedelt beim Europarat namens Moneyball, dass man sich dort verpflichtet hat, sozusagen auch sein eigenes System überprüfen zu lassen, um zu schauen, ob effektiv sozusagen die internationalen Standards nicht nur umgesetzt werden, sondern dass sie wirklich auch effizient und effektiv gelebt werden. Moneyball lobt Sie ja, sagt aber auch, Sie würden zu wenige Verfahren anstrengen. Das liegt natürlich nicht in Ihren Händen als Aufsichtsbehörde, aber stimmen Sie dem zu? Ich glaube, der letzte Moneyball-Bericht, der im Dezember über die Bühne gegangen ist, ist ein sehr, sehr, glaube ich, akkurater Bericht, der auch, glaube ich, die Lage als solches sehr, sehr gut wiedergibt. Und Sie dürfen eines nicht vergessen, woher wir gekommen sind. Bis Ende 2010 gab es gar keine Geldwäschegesetzgebung. Die neue, umfassende Geldwäschegesetzgebung wurde 2013 implementiert und umgesetzt, also vor ein paar wenigen Jahren. Und das, was wir eigentlich machen hier, nochmals, ist ein massgeschneidertes System aufzusetzen, wo Schritt für Schritt für Schritt nicht nur aufgesetzt wird, sondern auch gelebt wird. Und sozusagen die Strafverfolgung dann, die Strafverfolgungsseite möglicherweise auch mit entsprechenden Verurteilungen, das ist eigentlich der letzte Schritt. Und das hat Moneyball jetzt noch nicht ganz miterhalten, aber wir haben auch jetzt in diesem Jahr die ersten Strafverfahren im Zusammenhang mit der Geldwäschebekämpfung eingeleitet. Ich hoffe selbstverständlich, dass es nicht zu viele sein werden, aber dort dann auch, dass die entsprechenden Massnahmen ganz konkret vorgenommen worden sind. In einem Punkt, Herr Brüller, bin ich aufmerksam noch geworden. Sie haben erwähnt, das wird auch in den Papieren, in den Grundsatzpapieren, die Aufsichtsbehörde immer wieder erwähnt, Geldwäsche verhindern ein Ziel, das andere Finanzierung des Terrorismus. Wir haben immer gedacht, der Vatikan wird oft genannt als mögliches Angriffsziel des Terrorismus. Jetzt sagen Sie aber, wie könnte denn das sein, dass der Vatikan mithilft, Terrorismus zu finanzieren? Was ich immer gesagt habe, ist, dass wir das eher ausschliessen, dass sozusagen der Vatikan missbraucht wird für mögliche Terrorismusfinanzierungsaktivitäten. Ein ganz einfacher Grund, der Zugang zu den Finanzinstitutionen im Vatikan ist äusserst eingeschränkt. Und so wie die entsprechenden Verwendungen dieser Gelder dann für terroristische Aktivitäten verwendet werden könnten oder so, wir haben zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt keine Hinweise gehabt, dass dies entsprechend gelebt oder gelebt werden wird. Das andere ist dann eben sozusagen eine mögliche Terrorismusgefahr, eines Anschlages oder was auch immer. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich differenzieren. Einerseits die Finanzierung und andererseits wirklich selber Ziel zu sein. Das heisst, wenn ich es richtig verstehe, Gelder, die für andere Zwecke bestimmt sind, könnten missbraucht werden über eben ein Konto, zum Beispiel der sogenannten Vatikan-Bank, für die Finanzierung von Terrorismus. Beim islamischen Staat oder wo geht es denn da konkret um? Eben, nochmals, also wir gestösst auf die Erkenntnisse, die wir zum heutigen Zeitpunkt haben, gehen davon aus, dass dies gerade nicht der Fall ist. Und dass dort eigentlich eine sehr, sehr beschränkte Verwundbarkeit liegt. Nichtsdestotrotz schauen wir darauf. Jetzt sind die Panama Papers in den letzten Monaten gross in den Medien gewesen. Ich habe eigentlich nie etwas wahrgenommen, Panama Papers und Vatikan. Liege ich da falsch? Gibt es da Zusammenhänge? Lassen wir uns überraschen, hoffentlich positiv, also sprich, dass es nicht der Fall ist. Schauen Sie, wie wir werden sehen in den nächsten Wochen, wenn dann auch noch mehr Informationen aufgedeckt werden, wenn noch mehr Informationen dann auch der Öffentlichkeit zugetan werden. Ich glaube, ein wichtiger Punkt hier ist ja auch so ein bisschen im Zusammenhang mit den ganzen Panama Papers auch eine gewisse Vorverurteilung, auch seitens der Medien, die hier stattfindet. Wenn wir ein bisschen genauer hineinschauen, es ist ja nicht so, dass sämtliche Strukturen, oder wenn Sie wollen, auch diese Offshore-Strukturen, oder diese Trusts, diese Foundations, oder was weiss ich, dass die illegal wären. Sondern das sind nicht nur in Panama, auch in vielen anderen Jurisdiktionen, das sind sozusagen Strukturen, die gestützt auf einen rechtlichen Rahmen aufgesetzt worden sind. Diese Unterscheidungen wurden ja immer wieder betont. Es könnte aber noch was kommen, heisst das mit anderen Worten. Wie gesagt, ich bin immer vorsichtig bei solchen Aussagen. Wir haben zum letzten Zeitpunkt nicht unbedingt Hinweise darauf. Also ich hoffe auch, dass das nicht der Fall sein wird. Oder wenn es der Fall ist, dass man das auch in einen entsprechenden Kontext stellen kann. Also sprich, dass wir hier wirklich auch über legitimes Business oder über legitime Aktivitäten sprechen können. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir die Instrumente, um das entsprechend an die Hand zu nehmen. Was interessiert, was motiviert diesen René Brüllhaut? Was treibt sie an? Ist das ein Sinn für Gerechtigkeit? Oder was? Es sind verschiedene Sachen. Das eine ist, mitzuhelfen. Und es ist wirklich ein mitzuhelfen. Etwas zu gestalten, etwas aufzusetzen, ein System zu schaffen, ist das eine. Das andere ist dann auch, zu dienen. Das ist, glaube ich, die, wenn wir den Vatikan als solches nehmen, hat auch eine andere Verantwortung. Wenn Sie irgendwo Finanzinstitutionen in der Welt nehmen, dann haben Sie eine gewisse Verantwortung gegenüber den Aufsichtsbehörden, vielleicht gegenüber den Aktionären, dem eigenen Personal, dass sie schauen, dass die nicht entlassen werden, etc. Aber es ist eine andere Motivation dahinter. Hier haben Sie vielmehr eine Verantwortung gegenüber 1,2, 1,3 Milliarden Gläubigen, wo Sie auch andere Werte mit hineinbringen, wo Sie auch, das habe ich vorhin gesagt, ein Frühwarnsystem zu schaffen. Sie haben eine andere Verantwortung hier, der Sie gerecht werden müssen. Sie haben ein anderes Wertedenken, das dahintersteckt. Und das ist, denke ich, Antrieb genug. Das finde ich sehr interessant, dass Sie das jetzt so zum Schluss dieses Gesprächs in den Vordergrund rücken. Ich habe hier nämlich Bücher mitgebracht von Andreas Englisch oder Gianluigi Nuzzi, Alles muss ans Licht, eben Bücher, die genau diese Diskrepanz eigentlich letztlich aufzeigen. Dass eine Institution, die sich eben für moralische Werte einsetzt, einsetzen sollte, dann auch mit solchen Machenschaften im finanziellen Bereich verbunden wird. Rene Brüllhardt, wenn es im Vatikan mal zu Ende geht, was sind die Perspektiven? Wo wird es für Sie weitergehen? Was würde Sie reizen? Was für eine Aufgabe könnte noch kommen? Ich beschäftige mich momentan genug noch mit den Herausforderungen seitens des Vatikans. Was die Zukunft bringen wird, werden wir sehen. Wir werden sehen. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Rene Brüllhardt. Danke Ihnen, Herr Bischofberger. Mit der Juni geht es los. Dann beginnt die Fussball-EM in Frankreich. Rabbiner Jehoschua Arendts, Pfarrer Christoph Sigrist und Imam Muris Begovic nehmen daran nicht teil. Doch kicken tun sie sehr wohl. Im FC Religionen in Zürich. Und den stellen wir Ihnen jetzt vor. Schönen Sonntag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017